Phoenix ist gejoint. Ach Gott, nein. Nein. Aus. Phoenix. Aus. Mach Sitz. Und? Passt perfekt, Mann. Okay. Rüstung darfst du anbehalten. Wird ich dir auch empf... Ähm... Ja, Rüstung dürft ihr anbehalten. Das ist kein Jugendfreuderscheißchen. Das ist kein Scheiß, das nennt man Minikraft. 3. 2. Das schneide ich rein. Leute, ich hoffe, euch gefällt das, wie ich das gerade hier zusammengeschnitten habe. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da und schreibt es mal in die Kommentare. Und viel Spaß jetzt beim richtigen Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir wieder mit... ...zwei... ...ziemlich hyperaktiven Dudes. Einmal mit dem lieben Gaming-Like, äh... ...mit dem Timo... ...ja, mit Kuh macht Mu und mit Brian Blaze. Äh, ja, wie immer mit Brian Blaze. Hoi. Na dir Nudeln, Brian ist auch am Start. Hahaha, alles klar. Ähm, ja, das ist das Format hier, wie ihr es wahrscheinlich hoffentlich schon kennt. Wir spielen gegen Zuschauer Timo Kumu. So, jetzt habe ich es richtig vorgelesen. Hallöchen. Schönen guten Tag. Und ja, ich würde sagen, wir spielen gerade mit dem Kit von Brian. Das ist ein UHC-Run-Kit. Ähm, ist sowas ganz Spezielles. Da startet man mit Stärke und Speed und so weiter. Wie man es halt in UHC-Run kennt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt schon. Drei und zwei. Eins. Und ja, wir klatschen mit dem ersten Mal raus. Musst du voll die epische Musik entfügen, okay? Musst du voll die epische Musik entfügen, okay? Ich gehe auf D-Germin-Lock. Gehe auf Timo Kumu. Ja. Ergabt, ergabt. Ich gebe mir Kombo. Ich kassiere die Kombo. Ich gebe mir tot. Ich helfe dir. Okay, ja, ich... Er hat sie auch tot. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh, das war gar nicht knapp, Leute. Das war nicht knapp. Alles easy. Die Kuh macht Mu. Und jetzt stirbt sie. Die Kuh macht Mu. Das heißt Timo Kuh. Wie kommt so viel Kuh? Nein! Fuck, habe ich geschwitzt, ey. Ich schwitze ja immer noch, Mann. Okay, Leute. Nächster Kampf. Und diesmal wird es abgesprochen. Werden wir gewinnen, Leute. Das ist alles abgesprochen. Das ist alles gescriptet. Willst du die Kuh eigentlich haben? Nein, nein, nein. Okay, ich nehme einen Game Lock. So, alles klar. Ja, ich nehme beide, Mann. Ja, ich bin schon da. Das ist alles ganz easy. Alles ganz gut. Ich habe ja noch ein Herz. So. Geht schon da. Oh Gott. Ich hole ihn mir. Ich hole ihn mir. Die Kuh meinst du? Nice. Ich habe ihm schön die Kombo gegeben. Jetzt gab er nochmal. Leute. Er rennt. Er rennt weg. So. Er ist gut. Sehr schön. Nice. Du kommst gerade von hinten an meinen Gegner. Das ist perfekt. Ja, ich komme von hinten. Oh, Timo Kumo. Oh, nice. Ich habe eine. GG. Gott. Schlag zwei. Okay. Das ist interessant. Das muss ich mir erstmal anschauen. Alles klar. Fuck ist das. Ach du Scheiße. Alles gut. Er ist in der Lava. Er ist in der Lava. Er wird elendig verrecken. Er wird. Er verreckt elendig. Ja. Oh mein Gott. Er ist in der Falle. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Er ist in der Falle. Er pürzt sich aber raus mit 200 Pellen gleich. Das ist so ein typisches Hardcore-Waho-Kit, Alter. Ich gebe ihm die Combo. Nice. Let's go. Jetzt rein, 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 rein. Jetzt kassiert er, Leute. Jetzt kassiert er. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Jetzt ist er. Er ist nicht down, Mann. Ja, sehr schön. Oh, nice. Wir haben ihn. Endlich, Mann. EG. Endlich. Richtig. So krass. Mach mal Kit Basti. Geh her. Ab die Pops. Voll drauf, hier. Ich bin auf die Herz-Nacht immer. Jo, jo. Ich nicht. Ich bin gerade voll gut drin, Alter. Ich bin mit dem Kumo. Ja, alles gut. Geh auf Gaming. So. Lässt du mal ein Mate gehen, Timo Kumo. Okay, jetzt wird's interessant. Dann helfe ich dir nochmal. Danke schön. Bin voll. Sehr schön, hab ihn. Nice. Ich laufe links, du rechts. Ich laufe fast kein Leben mehr, denke ich mal. Lauf du rechts, wenn ich links. To hit. Jo, lol. Er überlebt halt noch richtig. Nice, wir haben ihn. Neues. Tschüss. Würde ich sagen, wir machen Abschluss mit normalen UHC-Kits. Also ganz normalen UHC-Kits. Ja, ich bin da, alles ganz schön. Mit dem UHC-Kits kenne ich mich auch ein bisschen mehr aus, als mit den anderen Kits hier. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen mehr Chancen haben. Zumindest, ich habe da auf jeden Fall ein bisschen mehr Chancen. Also, wenn sich Leute fragen überhaupt, wie man hier eigentlich mitspielen kann. Ich weiß, wir sprechen uns jetzt erst ziemlich spät vom Video an, aber die viele wissen es wahrscheinlich nicht, wie man hier überhaupt mitmachen kann. Es ist eigentlich ganz einfach, Leute. Es ist ganz einfach. Man kommt hier echt easy ins Video rein. Und das geht dadurch... Auf Twitter. Folgen, Leute. Folgt uns einfach mal auf Twitter. Dann, jo, seid ihr einfach mal dann am Start. Wir posten dann was irgendwann mal komplett random, an einem komplett random Tag, zu einer kompletten random Zeit. Das Kombo. Und ja, dann müsst ihr einfach am Start sein und dann aktiv dabei sein, um dann zu sehen, jo, wann wir euch mal da beten, mal auf den Teamspeak zu kommen, Leute. Dann kommt ihr einfach mal auf den Teamspeak und redet dann am Tag noch ein bisschen mit uns. Und dann klären wir alles, wie wir hier alles so machen und so weiter. Werdet ihr aber dann mitbekommen, wenn ihr dann da seid. Zum Beispiel heute war es auch so. Wir haben ganz spontan gesagt, komm, lass mal auflegen. Genau. Das Format ist ganz toll. Dann hat Space Hour Twitter geschrieben, jo, Leute, kommt mal auf TS mit dem und dem Namen. Dann kamen da Menschen und dann haben wir die gemoved. Den hast du klar, wie es funktioniert. Und dabei war auch abgesprochen, dass Tauern zum Perber natürlich führt. Aber das hat er anscheinend dezent überhört, der Boy. Ja. Moment, ich mach das easy. Ich mach das easy. Ich hab die beste Taktik gegen Tauern. Hast du ihn? Nee. Jetzt hab ich ihn, oder? Alter, die Lava war sehr schön, Mann. Die Lava war perfekt gesetzt, Mann. Er kassiert richtig. Er kassiert richtig. Komm, Postbam auf du, Mann. Ey, er baut sich wieder hoch. Es ist so lächerlich. Okay, okay. Er muss tot sein. Er muss tot sein. Er ist down. Oh mein Gott. Wir haben ihn beide. Nice. Nice. GG, Leute. Dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall mal beim Brian vorbei. Hi. Da werden wir wahrscheinlich auch was ganz cooles sagen. Da wird was ganz geiles kommen. Wahrscheinlich Skywars oder sowas in der Art. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.